Lise zwischen Kloster Mansfeld und Wipra bekommt einen neuen Betreiber. Dazu wurde heute Vormittag offiziell der Vertrag unterzeichnet. Künftig wird die Firma Cargo Logistic Rail Service aus Barleben bei Magdeburg den Betrieb übernehmen. Auftraggeber ist der Landkreis Mansfeld-Südharz. Er erhofft sich vom neuen Betreiber mehr Fahrgäste und eine bessere Kundenansprache. Der neue Vertrag läuft bis 2028.